Am Dienstagvormittag fanden auf einem Grundstück am Finkenbornerweg Baumpflegearbeiten statt, da das Grundstück derzeit saniert wird. StadtLiveTV durfte den Arbeitern der Firma KWS Baumpflege über die Schultern schauen, wie sie nicht nur am Boden ihren Baumfellarbeiten nachgingen, sondern auch in bis zu 15 Meter Höhe die großen Bäume um ihre Äste erleichterten. Oder sie gleich ganz fällen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017